Na, da guckt sie aber nicht so freundlich, ne? Aber ich verstehe, dass die Flusserlüsse nicht mehr ist, also sei es. Okay, die laufen jetzt vor. Eine interaktive Cutscene. Wo ist Lieutenant Jones? Was hat das zu bedeuten? Wie, was hat das zu bedeuten? Ich sag dir gleich mal, was das zu bedeuten hat. Drücke LB, um fortzufahren. Naja. Da kommt ein Hundi. Wann, wieso ist der denn verschwunden? Oh, der arme Hund. Der hätte man doch auch K.O. schlagen können. Das wäre doch auch gegangen. Ja, da wird gleich wieder wichtig sein. Ein Moment. Na, das geht ja aber richtig gut. Ja, dann können wir jetzt ja weitermachen. Oh, was wir da für Loot liegen lassen. Hier ein paar Pfund, da ein paar Pfund. Das ist doch nicht möglich. Oh, Tür ist auf. Rhein, dann. Rhein, dann. Rhein, dann. Seide stirbt und... Achso, ich muss mitlaufen. So. Wo können wir als nächstes hin? Wer sind sie? Gefangenen? Das sind keine Gefangenen. Ihr wisst doch, wen ich meine. Die Gerne, die wir gefangen haben, sie existieren nicht. Haltung annehmen, Soldat. Wie? Ich sag dir, Haltung annehmen. Okay. Hier. Da ist einer. Den werden wir mal gleich niederstrecken. Komm mal her. Zeige ich dir was. So. Ähm, Gefangene befreien. Einmal was das sind für ein Schloss. Wo du einmal mit der Faust gegenhauen kannst. Und dann ist das gut. Ah, ich hab sie gleich alle befreit. Wunderbar. Und die verstecken sich auch noch. Das ist auch ganz gut. Gut. So. Wir können uns ja relativ frei unter denen bewegen. Dürfen wahrscheinlich nur nichts Auffälliges machen. Vor allem nicht bei den Honigkuchenpferden. So. Komm mal her. Das ist der lange Arm des Gesetzes. So, meine Läutchen. Nein, nein. Wo willst du denn da hin? Was sind denn das für Stahlfäuste? Dass er da einfach so ein Abus-Schloss einfach mal so aus der... Aus der Verankerung haut. So. Jetzt müssen wir an Bord. Okay. Das Problem ist... Ich weiß nicht genau, wo der hingeht. Ich meine... Ach, den sieht man gar nicht. Okay. Der sieht mich da. Deswegen werde ich einmal... Mich verduften. Mal schauen, wo er jetzt lang geht. Und wenn er nach links geht, dann gehe ich gleich... Ach, du meine Güte. Ach, da ist auch noch einer. So, sehr schön. Ich werde mal... Das auf diese Methode hier machen. Und mal... Mich nach vorne schummeln. Oh, jetzt kriegen das die Füße. Das soll natürlich nicht sein. Das ist natürlich nicht so optimal. Mal. Dann machen wir das mal andersrum. Ach, Mist. Hm. Die Frage ist bloß, wie machen wir das? Ach, nö. Jetzt nicht noch alles, ne? Von einer Ecke ausführen. Ach, das geht auch? Ja gut, okay. Dann machen wir das. So, den holen wir uns erstmal. Sehr schön. Fortschrittliche Untersuchungsmethoden in die Ecke gucken, oder was? Ja, wen haben wir hier? So, Kumpel, dann kommen wir hierher. Dann kann ich dich neben mir umlegen. Dann ist ja jetzt ein anderer. Das ist doch nicht der gleiche wie vorhin. Der hatte doch nicht so einen Mittelscheitel. So, irgendwo hier müsste der Nächste sein. Genau, das ist der. Der hat mich zwar gesehen, aber der denkt sich nichts dabei. So. Komm jetzt mal her. Guter Mann. Schön zur Kamera. Ich frage mich immer noch, wie das möglich ist. Hm. Können wir den von hier vielleicht einmal grabben und Wo ist das überhaupt? Da hinten. 51 Meter. Ich hoffe mal, dass das hier geht. Weil rein theoretisch müsst ihr mich ja hier sehen. Wenn er nicht ganz verschattet in der Birne ist. Ah, er sieht nicht. Oh, Entschuldigung. Da sieht er mich aber nicht. Das ist eigentlich ganz angenehm. Okay, das war's. Interessant. So, mal schauen. Kriegen wir den hier vielleicht? Wenn er hier runterkommt. Geht er überhaupt da lang? Sag mal, wie steht? Äh, kennen wir ihn denn da? Okay, da hinten geht er lang. Aber auf der Seite scheint er hier nicht lang zu kommen, oder? Nee, aber ganz zufälligerweise bleibt er da immer stehen. Das heißt, wir werden einmal rumklettern. Und dann werden wir ihn ganz ruhig und vorsichtig ausschalten. Ähm, huch. Ihh, jetzt hast du ein nasses Beinkleid. Das ist ja wohl... So, Kumpel, wann kommst du denn da mal vorbei? Also, der Moment ist da rechts. Jetzt müsste er eigentlich hierher kommen. Ja, genau. Fall erst mal ins Wasser und schreitern. Das ist ja... Herz aller Liebst ist das. Okay. Nee, das hier nehmen wir mal. Okay, er ist immer dabei, da sauber zu machen. Aber er dreht sich nie wirklich um, ne? Und der da hinten... Die da hinten bleiben sowieso da, wo sie sind. Das heißt, eigentlich... Könnte ich das ja so machen. Meine Güte. So, die Frage ist, was passiert jetzt? Eine einzige Stunde Ruhe. Mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung. Und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Ja, erst mal aufräumen. Und dann... So gut wie deutlich, ne? Ach du, meine Güte. Wo wurdest du ausgebildet? Wurdest du überhaupt ausgebildet? Das ist auch schön. Außer, Mann. Du solltest doch eigentlich was Rotes über dem Kopf haben, wenn du mich angreifst. Sag, Mann. Wie viele Tote sollen denn hier noch in der Gegend rumliegen? So viele können doch da gar nicht spawnen. Außer, Mann. Einmal bitte aufstehen. Na, dann werden wir mal hier ein bisschen aufräumen. Außer, Mann. Na, Mann. Na? Ihr könnt doch nicht auf eure eigene Leute schießen. Was ist denn das hier für eine Methode? Meine Güte, meine Güte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Was ist denn hier überhaupt los? Ich bin Hayden Kenway. Du kennst mich nicht. Aber ich glaube, ihr beiden kennt euch recht gut. Ich versprach's dir, Silas, und ich werde es einhalten. Autsch!